Jo Leute, ich habe heute ein Glitch gefunden, ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich jetzt schon raus sein, da Epic Games wirklich schnell darauf informiert wurde, weil viele das gepostet haben, irgendwie auf Twitter geschrieben haben, auf Instagram oder auf YouTube hochgeladen haben. Ich zeige euch einfach, wie das geht, falls ihr das irgendwie nicht da seid oder sowas, oder falls ihr euch das nochmal im Nachhinein angucken solltet. Ich habe Whaling Mutz jetzt noch nicht aufgenommen, ich weiß nicht warum, aber ihr müsst erst zu Whaling Mutz, da bekommt ihr noch nichts, dann müsst ihr zu Fatal, das mache ich auch gerade, und wie ihr seht, sind da wirklich sehr viele, und ja, ihr müsst jetzt da einfach hin und euch töten lassen. Das habe ich auch gemacht, wie ihr hier seht, ja, ähm. Ich habe mich jetzt auch hier töten lassen, da waren wirklich viele, ich habe einfach auf ihn drauf gehackt, bis er mich getötet hat, weil ich wusste, dass er mich töten ist, da haben die so ein bisschen gechillt, ja, und dann bin ich wieder in die Lobby zurückgekehrt. Ich bin jetzt wieder in der Lobby, ihr habt auch gesehen, hier habe ich die ganzen Sachen bekommen, ich bin inzwischen schon Stufe 80, ähm, weil ich habe nur leider nur Fatal aufgenommen, hier sieht man auch, dass da noch Hornset steht, ich bin dann auch noch nach Hornset gegangen, aber das war es jetzt auch noch von meiner Seite. So, yo.